Und damit herzlich willkommen zurück zu Dredge. Ich habe keinen Schuh, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Dementsprechend, äh, gucken wir jetzt erstmal in die Forschungsstation. Wie laufen die Geschäfte? Äh, stimmt, wir wollten eine Probe holen, oder? Wollen wir eine Probe holen? Sekunde. Wir haben die Probe dabei. Das war's. Dann gucken wir erstmal kurz was die anderen machen. Ja, wir verstehen die Eigenschaften der Materialien, mit denen wir arbeiten, nicht zu 100%. Aber der führende Wissenschaftler arbeitet aktuell daran. Genau, bei ihr können wir unsere Sachen aufbessern. Und zwar für eine Forschungskiste und einen dunklen Ganister. Kriegen wir die, wie heißt das dann? Das durchdringende Hebewerk. Das hat 112 Fanggeschwindigkeit. Das heißt, es ist marginal besser, aber es hat auch die gleichen Sachen. Und dafür kostet's echt viel. Okay. Die nutzen wir ja auch gerade. Okay, ich glaub das macht die einfach nur schneller, kann das sein? Die sind 88. Jetzt auch 88. Durchdringende Angelroute. Durchdringende Angelroute. Ah. Das ist die, die wir schon haben. Okay. Ich hinterfragen. Ich warte. Gut. Ähm. Am Generator kommen wir glaub ich noch nicht mal, ne? Ich kann jetzt hier die Oberste betalen, die ich zum Generator nicht hinzufügt. Äh, ja. Ich könnte, wenn ich wollte, aber... Ich kann dir Fische verkaufen. Okay, cool. Ich denke. Wir merken uns mal 703 Mark. Was kann ich in der Gießerei noch machen? Mir gefallen die Gewässer nicht, der Gesellschaft anscheinend schon. Ich habe keine Ahnung mehr, was... Ach genau, hier können wir eine Erzkiste bauen aus Stoff, Schrott und Dingens. Im Technologielabor kann ich gerade nichts mehr tun, denn ich habe die zweite Stufe noch nicht freigeschaltet. Und im Schattenmarkt kann ich nur Scheiß gerade kaufen und ich kann gerade nicht durchtauschen, erstatten. Das ist dumm. Sekunde 297 kostet das. Meine Fresse, Alter. Leck mich. Ich wollte die gleich einlagern, aber egal. Na gut, dann gehen wir jetzt in die Forschungsstation und reichen die Probe ein, würde ich sagen. So. Der Wissenschaftler wirkt erstaunt. Er sieht zuerst in einigen Dokumenten auf seinem Schreibtisch nach und blättert anschließend durch eine alte Enzyklopädie. Das ist bemerkenswert. Einige dieser Arten... Hast du die Schneider mehr gefangen? Die wurden außerhalb des Fossilienbestands zuletzt gesichtet. Nun... Niemals. Das könnte Sinn ergeben, denke ich. Die Öffnung des Rüstes könnte eine Art Störung in der Tiefe verursachen und in Folge dessen Fischer an die Oberfläche geschweicht haben. Ich werde ein paar Untersuchungen von Ihnen vornehmen. Der Wissenschaftler wird vom Bauleiter unterbrochen, der draußen wieder in seinem Megafon brüllt. Der Bauleiter gibt anscheinend eine Anweisung. Rückwärts... Rückwärtsgang eingelegt. Holt den Bohrer da raus. Ist das so eine hervorragende Idee? Äh... Okay... Okay... Ach, verdammt. Das reicht. Der Bohrer ist frei. Ich wiederhole. Der Bohrer ist frei. Ausschalten. Wie ich gesagt hatte, ich werde ein paar schnelle Tests an diesen Proben durchführen. Aber wie es aussieht, musst du wohl noch weitere Proben sammeln. Anscheinend ist die Lagerstätte weniger stabil als erwartet. Sogar nach Entfernen des Bohrers scheint sich der Riss weiter auszuweiten. Bedauerlicherweise gab es Berichte darüber, dass einige Schadstoffe in isolierten Vorkommen aus dem Riss entweichen. Die Möglichkeit bestand immer. Die Ingenieurin in der Fabrik hat bereits an einem System gearbeitet, derartige Schadstoffe aus dem Wasser abzusammeln. Nur zu gerne hätte ich einen Kanister voll davon. Okay... Können scheinbar hier neue Sachen machen. Fabrik. Wir arbeiten gerade an der Planung einer Erweiterung der Fabrik. Vielleicht könntest du uns dabei helfen? Äh... Klar. So, guten Tag, junge Dame. Dann nimm, baul. Machen wir uns ein, die Arbeit. Ich vergesse leider die Stimmen. Mission aktualisiert. Die Kernanlage der Fabrik wurde verbessert. Wir können jetzt mehr Gegenstände herstellen. Was kannst du jetzt herstellen? Saugschlepper. Kolben und Röhren pumpen Proben aus dem Wasser und sammeln dabei gefilterte Flüssigkeit in Kanister. Das ist der Proben-Scheiß, I guess. Einfaches Schleppnetz und Erzhavenkiste. Okay, habe ich noch ein einfaches Schleppnetz? Ne, habe ich nicht. Okay. Aber das brauche ich, ne? Dann haben wir noch einen Materialkollektor. Ein unglaublich robustes Netz ermöglicht das Sammeln von festen Materialien. Fische können an einem solchen Netz nicht gefangen werden. Da können wir auch mit einem einfachen Schleppnetz bauen, eine Erzhavenkiste. Und dann noch einen Treibgutfänger. Einmal ausgelöst dehnt sich dieser Fänger zu einem großen Gebilde aus und ist so in der Lage, weggeworfener Materialien sich zusammenzutragen. Lebt neun Tage, sammelt ein bis zwei Sachen pro Tag. Vier mal vier Inventar, das ist echt geil. Das heißt ja auch, dass es keine Fische sammeln kann, ne? Das hat acht mal acht. Kann auch keine Fische sammeln und sammelt acht pro Tag. Das hat einen Tag und kann einfach Proben sammeln, scheinbar. Okay. Das kann halt acht, zehn pro Tag sammeln. Okay, dann gucken wir nochmal ins Technologie-Labor. Ah, der Bauleiter sagte, dass wir schon bald mit dem Bau an der Erweiterung des Gebäudes beginnen. Dieser Flügel dient der Verbesserung. Ja, ja, wissen wir. Danke. Ähm. Ich brauche echt neue Kisten, ne? So, bauen. Und also wäre alles hier. Wir machen uns an die Arbeit. Zack, neuer Komplex obendrauf. Das Technologie-Labor ist fertiggestellt. Wissen. Rotoren umprogrammieren. Wendegeschwindigkeit plus 25%. Erhöhnt die rotationsgebundene Wendegeschwindigkeit deines Bootes. Rückwärtsgang-Router. Erhöhnt die Rückfahrgeschwindigkeit deines Bootes. Deine Vorwärtsgang-Geschwindigkeit kann nicht überschritten werden. Kettenoptimierer. Dredge-Geschwindigkeit. Erhöhnt die Wendengeschwindigkeit des Dredge-Krans. Rollenbeschleuniger. Erhöhnt die Zugkraft deiner Angelrolle. Also erhöht die Fanggeschwindigkeit. Wärmeableiter. Er nimmt überschüssige Wärme von überhitzten Motoren auf. Also ich kann ihn einmal überhitzen. Und Chip zur Schleppnetzführung. Erhöhnt die Fangquote deiner Schleppnetz-Ausrüstung. Irre. Das kann ich machen, oder? Ja. Dann habe ich auch wirklich keinen mehr. Rotoren umprogrammieren. Wendegeschwindigkeit plus 25%. Muss ich das benutzen? Wie funktioniert das hier? Sekunde, ist im Lager, ne? Äh, wo ist denn mein Lager da? Äh, da. Wo muss das installiert werden? Wie nutze ich das nochmal? Ist das einfach an? So, ich tue natürlich noch diese beiden, äh, Dinger hier weg. Wir müssen neue Proben sammeln. Dafür müssen wir aber erstmal diesen Proben-Scheiß da holen, ne? Dafür brauchen wir ein einfaches Schleppnetz und eine Erzhafen-Kiste, die ich nicht mehr habe. Das war ja schlau. So, ich möchte das gerne einlagern. Und ich habe keine Erzhafen-Kiste mehr. Das heißt, ich muss jetzt erstmal eine holen. Daran habe ich nicht gedacht. Gibt es hier inzwischen wieder eine? Das ist sehr schade. Dann wird es da unten aber auch nicht wieder eine geben. Und da war ich, glaube ich, auch schon. War ich da? Da war ich nicht, ne? Aber ich kann aber einfach da rechts fahren, gleich. Ich muss mich gar nicht so hart bewegen, danke. Meine Güte, wir holen uns jetzt immer so ein paar Kisten. Weil ohne die können wir wahrscheinlich nicht, äh... Ja, hier ist noch nichts wieder. Okay, schade. Das heißt, wir reisen jetzt aber kurz da hinten hin. Genau, ohne die Kiste können wir noch nichts absaugen. Und wir sollen ja was absaugen, glaube ich. Also so habe ich das zumindest verstanden. Hoffentlich. Was ist denn da? Ach, das ist die alte Festung, okay. Ich habe nicht erwartet, dass wir da so nah dran sind, ehrlich gesagt. Juppeidi und Juppeida. Wo ist hier der Schrott? Da. Da sind ein paar. Guten Tag, drei Kisten, bitte. Ich habe drei Kisten bestellt, bitte. Ich habe keinen Platz für drei Kisten, ne? Doch, ich kriege hier drei rein. So. Zeit vergeht echt schnell, wenn man wretched. Habe ich gar nicht mehr so eine Erinnerung. So, und ich würde sagen, wir nutzen jetzt einmal Manifestation. Und guckt mal nach, was der Scheiß, äh... der Fischfang bringen würde, wenn wir ihn hier verkaufen. Da draußen, da war das Schiff. Krass. So, guten Tag. Fischhändler. 643, ich glaube, der andere hat uns mehr gegeben, ne? Ich kann mir erstmal kurz merken, 643. Ich wollte hier schlafen. Hier. Jetzt gucken wir kurz zurück, bauen den Scheiß. Und dann können wir eventuell noch Proben sammeln gehen. Ich bin jetzt natürlich noch zu der anderen Jugend, da war da hinten gefahren. Oder da hinten, oder da hinten, oder da hinten. Äh, um nachzugucken, was sie mir bietet. Aber 643, meine ich, überbietet der. Und ich glaube, sie hat das Gleiche gezahlt, wie er. Da bin ich mir jetzt aber nicht tausend Prozent sicher. Und ja, ich weiß, tausend Prozent ist kompletter Quatsch. Man könnte da aber hundert Prozent sagen. Äh, so. Erstmal kurz nachgucken. Äh, ne. Bei ihm konnte ich ja nicht verkaufen. Wo konnte ich denn nochmal verkaufen? Ich dachte, das wäre bei ihm gewesen. Ah, nee. Das war bei, ähm, Generator, ne? Hallo? 624. Äh, 624. Okay, nee. Ist genauso wenig, beziehungsweise sogar weniger. Wahrscheinlich, weil die Sachen hier inzwischen verrottend sind, ne? Äh, wir verkaufen mal... ...alles. Weil ich glaube, ich brauche das nicht mehr hier. So. Ähm, wir möchten die Fabrik. Und dann... Nein. Stufe 2. Lager, einfaches Netz. Zack, bauen. Kolben und Rohren, Pumpen, Wasser... Äh, Pumpenproben aus dem Wasser und sammeln dabei gefilterte Flüssigkeiten in einem Kanister. Wo muss ich die einbauen? Kann ich die einfach da hinstellen? Ja, was soll ich nochmal tun? Einheimische in den Markt stünden und, äh, bei den Sturmklippen berichten von der Sichtung, selbst zu jetzt am Schleimnis auf der Wasseroberfläche. Ich möchte, dass du davon einen Kanister voll für mich sammelst. Du musst dann den Saugschlepper ausrüsten und ihn in verseuchten Gebieten einsetzen, um Proben aus dem Wasser zu entnehmen. Äh, Probe sieht wahrscheinlich... Wie ist? Okay, wir sollen auch irgendwelche Fische fangen. Die sind... Da ist ein Ozeanischer, aber ich kann keine ozeanischen Fische fangen. Weißt du irgendwas über die mutierten Fische, die ich gefunden habe? Mutationen finden sich bei fast allen Arten von... und Fischen. Was? Mutationen finden sich bei fast allen Arten und Fische sind da keine Ausnahme. In meinen Jahren des Studiums sind mir Fische mit zusätzlichen flossenden Augen und sogar Köpfen begegnet. Ja, es handelt sich um einen relativ normalen Teil der Entwicklung einer Art. Mitunter können äußere Faktoren eine Rolle spielen, jedoch nur unter außergewöhnlichen Umständen. Äh, was wird mit dem Riss geschehen? Da der Bohrer nun entfernt ist, sollte sich die Lage beruhigen. Vorausgesetzt, dass nichts anderes den Meeresboden stört. Ich schätze, dass der Riss mit der Zeit komplett mit Sediment gefüllt wird. Bis es soweit ist, ergeben sich durch den Riss allerdings einige interessante Forschungsmöglichkeiten. Okay, ich habe die Vermutung, dass ich meine Sachen hier in der Fabrik aufwerten muss und dadurch dann auch ozeanisch kann. Ähm, das durchdringende Hebewerk wäre das Richtige dafür, ne? Dafür brauche ich die endlose Winde, glaube ich, genau. Dafür brauche ich aber so ein Kanister und dafür habe ich jetzt, glaube ich, das Pumpwerk mir geholt. Und das Pumpwerk, stopp, das Pumpwerk muss ich ja wahrscheinlich ausrüsten, ne? Das Pumpwerk zum Beispiel auch gar nicht, äh, mit haben. Wo ist mein Pumpwerk? Ähm, war doch hier, warte mal, ich bin, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Da ist mein Pumpwerk, wo habe ich das hingetan? Ich habe es ja gebaut. Im Bau, Saugschleppe. Da ist es, meine Güte. Okay, ich kann es nicht einfach irgendwo hinstecken. Der kann halt nichts, dadurch kann ich dann halt nicht fischen zum Beispiel. Aber ich brauche die Dinge gerade zum Beispiel eigentlich gerade nicht, die Winde. Eisküste, Ozean, Flachwasser. Warum habe ich das Ding noch? Okay, verkaufen. Mission aktualisiert. Rehabilitationsapparat, wüsste den Saugschlepper aus. Ähm, der kann ja auch Eis. Also warum soll ich das hier behalten? Gut. Kurze Realitätsüberprüfung. Wir haben jetzt einen Saugschlepper. Und wir müssen noch mal ein bisschen Viechers fangen. Das heißt, wir fahren als erstes da unten hin. Oder gab es irgendwo näher was mit? Da war das, glaube ich. Ja. Gut. Das heißt, wir können gerade nur kein Ozeanisch fangen. Und dafür brauchen wir diese Kanister. Wofür wir wahrscheinlich Proben brauchen. Die Frage ist, die ich mir jetzt stelle, ist... Reicht es, wenn ich die Proben einfach sammle? Oder muss ich mit ihm dann darüber schnacken? Das saugt die Sachen auf. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier rüber fahre? Ist das dann weg? Oder ist das nicht weg? Leck mich rumpfbeschädigt, alter. Nur, weil ich da so leicht angeditscht bin, ey. Guten Tag. Es ist schon relativ spät. Ich kann hier zum Glück gleich mal anlegen. Das weiß ich, ja? Dass ich auch hier anlegen kann. Ich würde halt gerade gerne noch ein bisschen was... ...abbauen, um zumindest eine Probe zu haben. Sehr schön. Mission aktualisiert. Dumm. Okay, ich habe diesen Sludge im Boot. Aber was hat mir das jetzt gebaut, dass ich... Also jetzt mal kurz eine Realitätsüberprüfung, ne? Dadurch, dass ich jetzt hier diesen Scheiß aufsauge, kriege ich einfach diesen Sludge. Das wäre ja nutzlos, weil den krieg ich auch so, wenn ich da durchfahre. So, wir schlafen mal kurz. Und fahren mal eben zurück zu unserem Freund da hinten. Da haben wir ja gerade Mission aktualisiert. So, kurz mal Realitätsüberprüfung, welche Mission das war. Ähm... Sammle eine Probe von den Sturmklippen. Ah, okay. Ich muss trotzdem noch die Fische sammeln. Scheiße. Was ist das hier? Unterstütze weiterhin den Bau. Ich habe etwas dunkle Flüssigkeit genommen. Die soll ich zum Wissenschaftler bringen. Okay, ich soll jetzt aber trotzdem erstmal die Flüssigkeit dem Wissenschaftler bringen. Okay. Das mache ich jetzt mal kurz, weil vielleicht kriege ich ja dann diese... diese Suppenräuche, ne? Womit ich dann meinen... meine Dredge-Diggins verbessern kann, dass ich auch hier die ozeanischen Sache dredgen kann. Nein, meine Winde. Das ist nicht die Winde, oder? Das ist die endlose Winde. Aber das ist auch die eine Richtung, mit der ich dredgen kann, ne? Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. So, guten Tag. Äh, Forschungsstation. Kann ich behilflich sein? Rechte Probe ein. Hattest du Zeit... Achso, äh, nee. Äh, liefere den Knister ab. Hattest du schon einen Knister voll Schadstoff gesammelt? Scheinbar nicht. Ah, im Netz ist der. Logisch. Bin dumm. Er hält ihn gegen das Licht. Für einen kurzen Moment flackern und surren die Leuchtstofflampen im Raum. Und das Licht wird von einem Muster von der Decke reflektiert. Danke. Bei Einsätzen wie diesem ist es stets wichtig zu wissen, womit wir es zu tun haben. Falls ihm etwas Bemerkenswerges an der Flüssigkeit aufgefallen ist, so ist es ihm nicht anzumerken. Oh, und vergiss nicht, worum ich noch gebeten habe. Hattest du Zeit, Brummen von den Sturmklemmen zu sammeln? Nein, weil ich noch nicht kann, du Penner. Weil ozeanisch beherrsche ich immer noch nicht. Juri, ich würde sagen, wir haben das nächste Mal rum in so ein paar Kanister und machen dann die bessere Winde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hau rein und bis dahin. Tschüss.